auf diesem kanal wird es eine vorübergehende videopause geben ich hoffe ihr habt verständnis dafür und ja ich hoffe ihr bleibt dennoch aktiv auf dem kanal und ich hoffe es wird auch schon wenigen wochen weitergehen und wenn ihr das video seht ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis bald ciao